Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der 9. Kunst. In dem Comic heute, da geht es um Musik, um Verlust, um Trauer und wie man damit umgehen kann und welcher Titel das genau ist, wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Und um dieses Werk geht es heute. Doom Boy vom CrossCult Verlag. Der ist dieses Jahr beim CrossCult Verlag erschienen in einem Hardcover-Sonderformat, ähnlich wie das vielleicht der ein oder andere auch von 300 von Frank Miller kennt. Da ist dieser Band auch in so einem eher länglichen, queren Format anstatt in diesem normalen Standardformat, so wie wir das kennen. Und ja, von Tony Sandoval, der auch Wasserschlangen gemacht hat, was ja auch schon bei CrossCult erschienen ist. Und bei Wasserschlangen bin ich noch nicht eingestiegen, werde ich aber auch noch nachholen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich hole mir jetzt mal den Doom Boy. Der ist auch vor Wasserschlangen mal erschienen. Also dieser Comic hier ist, meine ich, im amerikanischen Bereich um 2014 mal erschienen und wurde daraufhin in dem Folgejahr 2015 auch schon für den Eisen Award nominiert. Hat den zwar nicht bekommen, war aber dafür nominiert. Und ich finde, die Nominierung ist auch hier zu Recht ausgesprochen worden, weil das wirklich ein sehr, sehr feiner, toller, bewegender, berührender Comic ist. Ja, dieser Comic hat 128 Seiten. Wie gesagt, kommt in diesem besonderen Hardcover-Quer-Format daher und liegt bei einem Preis von 25 Euro. Tony Sandoval hat dieses Werk gezeichnet und auch selber geschrieben. Wir haben hier auch zum Ende hin so ein paar Sonderseiten. Das sind so vier oder fünf Seiten, die nochmal als Kurzgeschichte extra mit drin sind, die auf die dieser gesamte Comic dann mehr oder weniger basiert beruht. Ich zeige euch nachher vielleicht die ersten ein, zwei Seiten davon, weil das nochmal formatstechnisch hier drin nochmal anders gegliedert ist. Und ich kann nur so viel sagen, dass diese Zusatzseiten wirklich auch einen sehr, sehr berühren, die da drin sind. Also diese Kurzgeschichte, die hier drin ist, auf dem Doom Boy dann basiert, ist schon etwas, was einen zu Tränen rühren kann. Aber ich komme kurz zur hauptsächlichen Geschichte. Es geht hier um die, einen jungen Mann, der dem Heavy Metal feiert, der auf Konzerte geht, der selber Gitarre spielt und man merkt gleich so bei ihm im Freundeskreis und ihm selber hat Musik einen hohen Stellenwert, gerade Heavy Metal. Und wir erleben hier, wie Dee von einem Konzertbesuch irgendwie wiederkommt, von einer seiner vielen Unternehmungen und seine Mutter ihn zu Hause begrüßt und sagt, hey, setz dich erstmal hin, deine Freundin Annie ist verstorben. Und zu diesem Zeitpunkt, so wissen wir noch gar nicht genau, wer das ist, aber es spielt auch gar nicht so eine große Rolle, weil es hier mehr oder weniger darum geht, wie die mit diesem Verlust und mit dieser Trauer seiner Freundin, von der er sich gar nicht so richtig verabschieden konnte, beziehungsweise auch ganz gerne noch mit ihr kommunizieren wollte, irgendwie gewisse Worte vielleicht noch loswerden wollte. Das ist so der Hauptteil, worum es hier geht, weil die sich dann irgendwann ein Herz fast an den Strand geht mit einem Kumpel und sowas wie so eine Art Outdoor-Tonstudio schon fast aufbaut und versucht mit Hilfe seiner Musik oder seinem Musikausdruck irgendwie Kontakt zu Annie aufzunehmen. Also er spielt auf einmal Musik, die sehr anders ist, wohl die Menschen auch sehr berührt und es scheint ihm sogar mit dieser Musik zu gelingen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen Kontakt zu seiner verstorbenen Freundin aufzunehmen, um mit ihr darüber nochmal ein letztes Mal kommunizieren zu können. Und diese Musik bleibt nicht unentdeckt, weil der Kumpel, der das Ganze so ein bisschen aufnimmt, strahlt gleichzeitig auch auf einer Frequenz diese Songs, die die spielt, aus. Und so können alle, die das Radio einschalten, seine Musik hören und obwohl er es nicht mitbekommt, wird er ein, ja, quasi ein kleiner Star, sowas wie so ein Hype entsteht um ihn. Man nennt ihn dann Doom Boy und keiner weiß so wirklich, wer ist denn Doom Boy? Wow, was ist das für eine Musik? Man kann nur das Radio an dem und den Tag anschalten und dann erklingt einfach diese mega geniale Musik. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht zu dieser Story erzählen. Also es ist, wie ich schon erwähnt habe, teils eine relativ tragische Geschichte, aber die einem irgendwie zeigt, wie man mit Musik, mit Herz irgendwie so mit Trauer und Verlust eben auch umgehen kann. Wie man versuchen kann, das Ganze zu verarbeiten, verpackt in so einer Story, die um diesen Mythos Doom Boy dann entsteht. Und ich war wirklich begeistert. Ich habe den quasi gestern erst gekauft, heute Morgen gelesen und ich habe nur gedacht so, wow, was für ein tolles Werk. Dazu ist es nicht nur die Geschichte, die dem Ganzen halt wirklich so diese gewisse Würze oder dieses Fantastische mitbringt, sondern die Fantastik liegt einfach auch in diesem Stil, wie Tony Sandoval diesen Comic so umgesetzt hat. Also ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Seiten rein. Ihr merkt schon, wow, dieses Querformat, Wahnsinn. Wir sehen hier, wie die einfach so irgendwelche Konzerte besucht. Auch so dieser Stil, der sehr schroff irgendwie ist, würde ich es ausdrücken. Also diese Linienführung ist nicht wirklich fein und klar, sondern eher so wirklich eher ein bisschen rougher, ein bisschen rauer. Das passt aber auch zu dieser Heavy Metal Thematik, die wir vom Look her wirklich, finde ich, dadurch auch sehr, sehr gut rübergebracht bekommen. Und dann haben wir gleichzeitig einfach dieses feine Thema mit, wie gesagt, Verlust und Trauer, Trauerbewältigung, das ist so toll hier drin umgesetzt. Hier haben wir die Szene, wie er nach Hause kommt und seine Mutter ihm dann erzählt, dass seine Freundin so leider nicht mehr unter den Lebenden weilt. Also auch wirklich so ein Ding, wo man dann erst mal schluckt, weil man da vorher gar nichts mitbekommen hat. Und das ist selbst für einen als Leser wie so ein Schlag in die Magengube. Weil man kann sich das grob vorstellen. Man selber hat Freunde oder Freundinnen im Freundeskreis und allein wenn man sich da vorstellt, so was passiert, das ist schon wirklich tragisch, nicht schön. Und ich zeige euch jetzt mal gerade noch die mit seinem Kumpel. Die beiden sind dann zusammen am Meer oder am Strand und bauen dort dann eben dieses Outdoor-Studio auf, wo die beiden dann zusammen, genau, hier singen wir das einmal, wo die beiden dann zusammen musizieren. Und Dies oder Doom Boys tolle Klänge so auf die Ohren der Radiohörer bringen. Also wirklich, ich fand diesen Comic so toll. Ich muss mal gerade kurz danach gucken. Es gibt hier so gewisse Seiten, wo man merkt, wie, genau, hier haben wir das, mit was für einer Fantastik das Ganze so daherkommt. Wenn man hier diesen Ausdruck miterlebt, wie sich wohl jetzt gerade was anhört, diese Klänge, diese ausdrucksstarken Zeichnungen, die hier einhergehen, das ist so toll gemacht und ist so fast schon so träumerisch irgendwie auch. Also ich war wirklich ganz, ganz stark davon begeistern. Es gibt auch hier eine tolle Szene noch drin. Ich hoffe, ich finde die jetzt hier nochmal. Da geht die am Strand und es tobt ein Gewitter. Ja, hier hab ich's. Und der Ausdruck, wie dieses Gewitter, also mit seiner gesamten geballten Kraft aufeinander wirkt, dass das fast ist wie so eine Art Heer, was ein anderes Heer bekämpft, das ist hier auch wirklich mega, mega stark rübergebracht. Also für jeden, der auf sehr, sehr schroffe, aber auch starke Bildsprache steht, da ist wirklich hier eine Menge drin geboten. Und gerade in diesem Querformat, man hat immer ein ganz, ganz tolles Feeling so beim Seitenumblättern. Ich zeige euch jetzt nochmal die ersten zwei Seiten von dieser oder vielleicht auch nur die erste Seite. Ja, vielleicht auch nur die erste Seite von dieser Sonderstory. Und zwar muss man dann den Band so halten, um den zu lesen. Und die nächsten Seiten sind dann auch so. Also auch eine ganz, ganz tolle Kurzgeschichte, die hier am Ende untergebracht wurde. Und ja, für meinen ersten Sandoval-Band ein absolutes Highlight. Also ich bin mal gespannt, wenn ich dann mal Wasserschlangen irgendwann mal haben sollte, wie der mir dann so gefällt. Ich weiß, viele von euch haben den schon gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr auch bei Doom Boy schon zugeschlagt habt. Wenn das so ist, gerne mal kommentieren, welcher Band euch vielleicht besser gefallen hat. Oder es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Werke von Tony Sandoval, welche ihr vielleicht schon mal gesehen habt und was man noch empfehlen kann oder was vielleicht auch noch auf dem deutschen Markt rauskommen sollte. Ja, gerne unten in die Kommentare rein. Und das war es dann mit meiner Review, wie gesagt, zu empfehlen. Ja, das ist einfach fantastisch, dieser Comic. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, lasst gern einen Like da. Abonniert den Kanal. Erzählt es irgendwelchen anderen Leuten. So, hey, guck mal da, der Typ, der quatscht über die neunte Kunst. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Comics und Manga lesen. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.